Ich entscheide mich dafür, in einer Welt der Liebe und Akzeptanz zu leben. Das Leben ist heilig. In meinem Herzen wohnen alle Teile meines Selbst. Der Säugling, das Kind, der Teenager, der junge Erwachsene, der reife Erwachsene, mein gegenwärtiges und mein zukünftiges Selbst. Jeder Fehltritt, jeder Irrtum, jeder Schmerz und jede Kränkung werden von mir als Teil meiner Geschichte akzeptiert. Alle Licht- und Schattenseiten meiner Geschichte sind wertvoll auf eine Weise, die man bewusster Verstand nicht völlig zu begreifen braucht. In diesem Augenblick entscheide ich mich dafür, alle Teile meiner Persönlichkeit zu akzeptieren und zu lieben. Ich empfinde Mitgefühl für mich selbst und ebenso auch für meine Mitmenschen. Ich erschaffe ein Leben voller Akzeptanz und Verständnis. Ich strahle Akzeptanz aus. Ich strahle Akzeptanz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020